Das waren zwei Fehler in einer Zeit von 44,91. So, jetzt kommt der Spaßfaktor im Parcours. Melanie Bertsch mit ihrem Tyson, sie startet vor der O.G. unter Kuppenbach. Viel Spaß euch beiden. Das war leider falsch geführt, Melanie. In München steht ein Hof voll Haus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Schade hat. Doch jeder ist zu informiert, weil Rosi täglich inseriert und wendig, dann mit Frauen.